Ach so, weil der vierte Grad wie... Ja. Eissturm, Fluchbrechen, Gefühl, Furcht, Hoffnung. Plus 2 auf Rettungsangriffs- und Schadenswürfe. Ja, und das hier macht... Die rühren sich eine Runde, eine Phase, also eine Minute lang nicht mehr. Gefühl Mut. Ist auch nicht schlecht. Furcht. Fliehen, okay, Fluchbrechen. Monster herbeirufen, Mordekinds Schraft geschossen. Mann, ich habe die ganzen Zauber hier gar nicht mehr richtig in Erinnerung, vor allem, dass es so viele waren. Andere verwandeln. Dieser Zauber ist sehr mächtig, da er die Gestalt des Wesens permanent verändern kann. Die geistige Eigenschaften des Wesens sind von der Verwandlung nicht betroffen. Das Wesen hält nur die körperliche Eigenschaften der neuen Gestalt, aber nicht dessen speziellen und magischen Fähigkeiten. Diese besondere Version des Zaubers verwandelt das Opfer in ein Eichhörnchen. Ist permanent, kann jedoch durch Magie Bann aufgehoben werden. Die Kleidungsstücke und Ausrüstung des Opfers werden zum Teil der neuen Gestalt. Ja, also nicht so toll. Das Ziel dieses Zaubers wird mit einem schweren Krankheit infiziert und er leidet ein schwächer Anfall. Das Opfer erleidet die schmerzhaften Symptome wie Bollen, Läsionen, eiternde Pustel, Sofort. Stärke, Gestalt und Kaisper werden um zwei Punkte reduziert und das Opfer wird verlangsamt. Mhm. Brennendes Blut. Dieser Zauberspruch, also Beltins brennendes Blut, erzillt das Blut des Ziels und verursacht drei bis zwölf Schadenspunkte und erauft dem Opfer die Sinne vor Schmerz. Okay. Blauer Feuerschild. Schützt vor Kälte, Brüllen. Äh, Schadenspunkte. Ja, jetzt Taubwürde und Schadenspunkte. Dimensionstor, damit portet er sich. Eissturm. Äh, ist auch nicht schlecht. Erweiterte Unsichtbarkeit. Ah ja, damit ist er unsichtbar, kann angreifen, aber es gibt eine Spur von ihm. Fernsicht. Äh, finde ich nicht so toll. Fluchbrechen ist klar, die Gefühle hatten wir. Geheimes Wort. Wenn dieser Zauber gegen ein Wesen eingesetzt wird, band er einen Schutz vor Zaubern des achten oder eines niedrigeren Grades, der auf diesem Wesen liegt. Die betroffene Zauber sind geringer Zauber zurückwerfen, bla 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 bla. Geringer Kettenzauber. Die Wesen des Zaubers kann der Anwender zwei Zauber des zweiten oder eines niedrigeren Grades simultan wirken. Die beiden Zauber werden ausgelöst, indem man auf die Schaltfläche für besondere Fähigkeiten klickt. Es kann immer nur ein Kettenzauber gleichzeitig aktiv sein. Sobald der Kettenzauber eingesetzt wurde, verfindet die Schaltfläche wieder. Ist nicht verkehrt. Höhere Malision. Durch diesen Zauber bewirkt der Anwender, dass sich alle Rettungswürfe seiner Feinde als Nachteil für diese erweisen. Der Zauber kann gegen alle feindlichen Wesen des Wirkungsbereichs angewandt werden. Bei Gegner, die unter einem Einfluss dieses Zauber stehen, werden alle Rettungswürfe mit einem Punktabzug von Minus 2 geahndet. Umverwundbarkeitskugel. Erster, zweiter und dritter Grad an Zaubern wird neutralisiert. Gegenstände aus dem Inneren kann man dagegen alle Zauber ohne Strafpunkte einsetzen. Die Kugel kann durch Magiebeine erfolgreich zerstört werden, was eigentlich auch nicht schlecht ist, die zu haben. Monster herbeirufen ist klar. Kraftgeschosse. Dieser Zauber erzeugt eine leuchtende Kugel magische Energie, die aus der Hand des Anwenders hervorschießt und das Ziel unfehlbar erreicht wie ein magischer Geschosszauber. Der Zauber kann auf der siebten Stufe eingeschossen und für jede dritte Stufe nach der siebten ein weiteres Geschoss erzeugen. Mit anderen Worten erzeugt er zwei, drei, vier Geschosse bis zu einem Maximum von sieben Geschossen auf der 25. Stufe. Jedes Opfergeschoss fügt dem Opfer zwei bis acht Schadenspunkte zu und bricht dann in einem Erschütterungsstoß in einem Radius auseinander, der pro Stufe des Anwenders einen Schadenspunkt anrichtet. Ein Zauberer der zwölften Stufe könnte beispielsweise Kraftgeschosse herbeirufen, von denen jedes beim Treffer zwei bis acht plus zwölf Schadenspunkte anrichtet. Und da ist ein Stück abgeschnitten. Elastische Kugel Zielwesen in einer schimmelnden Kraftkugel eingeschlossen Wenn ihm der Rettungshof gegen Zauberer nicht gelingt Die elastische Kugel umstößt das Wesen für die Dauer des Zauberers. Die Kugel ist vollkommen immun gegen alle Beschädigungen und kann nur gegen ein Boundzauber zerstört werden. Die Kugel ist in der Kugel eingestoßen im Wesen somit zwar völlig sicher vor einem Angriff, gleichzeitig kann es aber nicht in das Geschehen außerhalb der Kugel eingreifen. Keine Rettungswürfe, somit könnte man einen starken Gegner vorübergehend aus dem Spiel nehmen für sieben Runden. Roter Feuerschild ist wieder blau und das ist der Vorhitzschütz Schattenmonster Dieser Zauberspruch formt Material aus der Halbebene des Schattens in illusinären Monster. Diese Monster werden durch Trefferwürfe mit einer Augenzahl zwischen 1 und der Stufe des Anwenders, solange eines nach dem anderen beschworen ist, die gesamte Augenzahl für die beschworenen Wesen der Stufe des Anwenders entspricht. Zum Beispiel könnte ein Zauberer der 15. Stufe in einer Runde ein Wesen der 10. Stufe beschwören, in der nächsten könnte als nächstes ein Wesen auftreten, das durch eine Augenzahl zwischen 1 und 5 beschworen wird und so weiter. Diese Schattenswesen haben nur 20% der Trefferpunkte ihres realen Gegenspieler und werden ihre Angriffe denselben Schaden verursacht. Sehr... Ja, also... Keine Ahnung, wie der funktioniert. Ja, Seelenrüstung. Dieser Zauber ist dem Zaubergeist der Rüstung des Drinnenkreises insofern sehr ähnlich, dass sich für die Tau des Zauberes eine stoffliche Barriere bla 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 errichtet. Zum Anrechten der Barriere bedient sich der Zauber jedoch der Lebenskraft des Zielobjekts. Die Rüstung selber hat kein Gewicht und schreckt die Bewegungsfreiheit und das Wirken des Zauberers Kaiswigs ein. Äh... Ja... Wenn der Zauber abklingt, dann verliert er Leben. Selbstverwandlung... Damit kann er sich verwandeln. Äh... Achso, ja stimmt, da hat man mehrere Auswahlen. Spinnenbrut. Ähm... Dieser Zauber schreckt Spinneneier aus, die innerhalb des Zauberes ausgewachsenen Spinnen entstehen. Sie stehen unter den vorschlägigen Tepakisch Kontrolle der Anwenders. Die Art der Spinnen fängt von der Stufe ab. Riesenspinne, Phasenspinne, Spirtspinne. Äh... Nicht so wirklich. Steinhaut ist was Wichtiges. Teleportationsfeld. Ja, Leute werden wahllos durch die Gegend teleportiert. Ist gut. Verwirrung. Verwirrt halt die Gegner, sodass sie entweder in der Gegend rumlaufen, sich gegenseitig hauen. Verzauberte Waffe. Diese Zauber beschwört eine magische plus drei Waffe, die von jedem in der Gruppe eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich entweder um einen Streitkolben, eine Axt, eine Lang- oder ein Kurzschwert. Die Waffe verschwindet nach einem Tag. Vitrokugel. Mit diesem Zauber wird eine Kugel leuchtende aus wachgrüner Säure herbeigerufen, die der Anwender auf ein beliebiges Ziel im Wirkungsbereich richten kann. Mhm. Und Zauberauge. Mit dem wird dieses Zauberes erschafft der Anwender ein unsichtbares Zauberauge. Er kann durch dieses Auge wie durch sein eigenes Sehen. Bei normalen Lichtverhältnissen hat das Auge eine Sichtweite von 18 Meter. Während der Wirkungszauber des Zaubers kann sich das Zauberauge in jede beliebige Richtung bewegen. Es ist zwar unsichtbar, doch hat er eine feste Form und kann nicht durch Wände oder andere Internisse gleiten. Mit Zaubern wie unsichtbares Indenken kann man das Auge sehen. Die Fähigkeiten des Auges können weder durch andere Zaubern noch durch Gegenstände verbessert werden. Mit das Auge zum Ziel eines Blickangriffs ist der Anwender von diesem Blickangriff betroffen. Das Zauberauge kann durch erfolgreiches Magie-Bann vernichtet werden. Also ja, was hätten wir denn gerne? Äh, ja. Ich hätte am liebsten den geringen... Ich nehme den geringen Kettenzauber erst einmal. Ja. Haben wir jetzt eigentlich alles da raus? Ja, haben wir. So, jetzt bleibt eigentlich nur noch da unten. Dann haben wir hier alles. So, mal gucken. Seid ihr immer noch auf... Warum seid ihr eigentlich jetzt nur noch zu dritt? Seid willkommen, ich danke euch für eure Redaktion. Ich dachte schon, es wäre um uns geschehen. Womit kann ich euch helfen? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden... Wir sind im letzten Teil der Karawane gereist, als wir von einer Gruppe in Weißen Rom angegriffen wurden. Die ganze Gegend war von lautem Geschreibe gezischt erfüllt. Bevor sie über uns herfallen konnten, haben wir uns mit Blutbeschmittung totgestellt. Hier sind wir dann gelandet. Okay. Ja. Die sagen alle dasselbe, so wie es aussieht. Ja. Ich frage mich aber, wo der letzte jetzt abgeblieben ist. Es waren ja... Ach, da steht er. Hier im Türrahmen. Ich bin froh, dass wir diese Schlacht siegreich gewesen sind. Ich hielt sie und schon für erledigt. Wie seid ihr hergekommen? Mein Name ist Marcon, Marcon von Tiefwasser. Meine Gruppe hat in einem Karawan-Gipfwagen geschlafen. Und plötzlich hat es überall nur so gewimmelt von diesen Schlangenmenschen. Erzählt weiter. Wir haben uns totgestellt. Ich weiß, das klingt feige, aber in unserer Lage hätten wir die Schlacht nie und nimmer für uns entscheiden können. Sie haben uns hier hineingeworfen. Zusammen mit den getöteten Karawalenhändlern. Den Wachen, den Waffen und den ganzen anderen Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon hier sind. Timora, sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Äh, ja. Lebt wohl. Lebt wohl. Ich warte hier, bis ich die Ursache dieser selbstsamen Ereignisse herausgefunden habe. Als jemand braucht der Wache hält, während ihr euch ausruht, dann könnt ihr auf mich zählen. Ja, weiter. Ja, ich will aber noch gucken, wer hier rumbringt. Klingt nach mehreren Gegnern. Klingt nach mehreren Gegnern. Klingt nach mehreren Vacher. Klingt nach mehreren Gegnern. gut steht immer alle hier auf wird sagen dann speichern wir hier keine ahnung woher die geräusche kam das ist jetzt schon lp 0010 also 010 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder